Das fühlt sich so gut an, jetzt hier oben zu stehen. Jetzt gehst du noch bergab. Hallo und herzlich willkommen zum Radio 1 Film der Woche. Heute ist das Abenteuerland des Autors und sehr bekannten Influencers Christo Förstam. Der ist ja wirklich bekannt geworden durch seine sogenannten Mikroabenteuer. Das heißt also Erkundungen so im unmittelbaren Umfeld. Jetzt wurde es Zeit für ein Makroabenteuer und diese Reise hat es wirklich in sich. 1.600 Kilometer insgesamt. Diese Reise führte von der Zugspitze bis hoch nach Sylt, also quer durch Deutschland. Immer mit einem Stand-up-Pedalboard oder zu Fuß, da wo eben keine Flüsse möglich waren. Und diese Reise wurde eben auch zu einem Film. Ein Film des Kameramanns und guten Freundes von Christo, Kai Hattermann, der in wunderschönen Bildern von diesem Unterwegssein erzählt und vor allem von den Erfahrungen, die Christo dabei gemacht hat. Das ist ja ein Zurückgeworfensein auf die eigene Existenz und auf die Grundbedürfnisse des Menschen. Darauf besinnt sich Christo Förster während dieser Reise und das erzählt er uns. Übrigens hat er auch sehr strenge Regeln. Es war zum Beispiel für ihn total verboten, unter einem Dach zu übernachten. Der Film steht in einer Reihe von sehr erfolgreichen, sehr persönlichen Reisedokumentationen, die wir in letzter Zeit gesehen haben. Zum Beispiel Weid, die Geschichte vom Weg um die Welt oder Anderswo allein in Afrika. Der große Unterschied allerdings ist hier, dieses Abenteuerland ist Deutschland. Es liegt also vor der Haustür und kann von jedem selbst erkundet werden. Es müssen ja nicht so strenge Regeln sein. Unser Radio 1 Film der Woche Abenteuerland.